what do you mean die einfache stück ich brauche vier ob das eine einfache kiste war oder ob das eine besondere kiste war eine ganz normale kiste hast du dir aus dem reward back bekommen ich habe mir die irgendwie gecraftet für keine ahnung was ich weiß gar nicht mehr apropos reward back ich habe noch ein paar ja oder soll ich soll ich mir die für weihnachten aufsparen das dauert noch ein bisschen obwohl wenn die folge rauskommt dauert gar nicht mehr so lange stimmt ich muss ja auch aufpassen aber ist es der advent ich darf eine aufmachen hat wenn dort wenn die scheiße brennt ach komm ich bin viel zu neugierig ich mache alle auf spiked eggs hold shift for more info jacket stone bound cactus repair material ganz toll okay but not great reward ja punchy stick der gute alte punchy stick ich verstehe ganz viel essentia für tom kran das habe ich auch schon bei dir reingemacht sehr geil und ein book also im system ich habe ein buch silk touch one ist das geil very nice reward das mache ich mal direkt auf meine spitzhacke drauf ach scheiße die hat ja den snackball ich glaube ich muss da mal rüber gehen ich mache mir eine neue hallo sagt ihnen das doch er wird mit dem tode geahndet habe ich irgendwo mal gehört was kann ich denn noch mal in die handel so musste kurz was essen kann man wasser einmal eine handelsbox lassen für was falls die reisen für wasser bekommen mit dem wasser eimer du hast ja doch macht sinn du hast das sind auf jeden fall ich sehe gerade beim weihnachtsbaum ist nur das obere abteil schief na dann ist ja super arbeit ja ich sehe dich nicht bald dass ich nicht bei so dann muss ich jetzt eigentlich gar nicht warum soll sich eine falle stellen sie ist eine frau oh man no comment on that kein platz ja schere für die schneckwahl jetzt schneckwahl ein paar eier mitholen können die freut sich ja immer so über die scheren aber das macht so spaß juhu ich wollte sich ja tatsächlich überscheren cool wusste ich gar nicht dass ich ihr da sogar eine freude mit mache ich habe vorhin so überlegt ob ich nicht den wie heißt der eigentlich noch mal das ding was wasser pumpt an den glacial extruder anschließt weil ich in zukunft sehr viele scharzt brauche auch obwohl jetzt diese ganzen dinge da bekommen hast naja nee das sind ja keine charts gewesen das war essenzia mein inventar ist jetzt natürlich auch voll durch den ganzen kram heiliger bim bam das macht jetzt so natürlich keinen sinn das sollte ich vielleicht mal noch ein disable oh sie hat sie repariert oder habe ich die repariert schon vorher ist da nicht allerdings drauf auto repair ne echt nicht ne ich mache zirk touch drauf ach wir brauchen einen anvil ne ja gut das ist ja aber kein problem haben wir so viel eisen ein anvil klar da brauchst du doch nur sieben blöcke oder was ja also in den kisten da in dem lager system haben wir auf jeden fall genug ob das jetzt natürlich schon fertig geschmolzen ist ist die andere geschichte ich guck mal im me system das wasser gefallen blub jetzt habe ich so schön mein inventar aufgeräumt und dann bekomme ich so netten reward so 134 kitzel kommen hier in blut spenden warte mal ist das die aktion die wir letztes mal schon versucht haben nein das ist eine andere aktion aber ich brauche trotzdem blut von dir dann geht es schneller okay ich komme sofort ich brauche nur noch sechs mache ich eigentlich du brauchst sechs und dann bleib wo du bist sechs iron in genutzt und dann muss ich noch magick wird packe ich weg eine einzelne torch packe ich weg die punji sticks packe ich ins system wer weiß so machst du das jetzt funktioniert das ja der hat das ist ja viel einfacher so so kann man es ja mal ja los stecken ich bin ich muss ich muss voran jetzt also die leute da draußen blut spenden ist übrigens ja gar nicht das war der falsche taste wie mache ich das noch mal rechtsklick na ja es wird nacht bitte nacht dann lassen die hier auf die hier auf auf den altar legen mir geben bitteschön kann ich das ding scannen kann ich das ding scannen oh ja ich guck mal ob ich dich jetzt kennen kann ja ich kann ich scannen nein auf du auf mich zu hauen ich habe gerade nicht so viel leben und essen muss ich auch gucken wir mal wie viel jetzt drinnen ist 2800 da können wir noch zwei eimer machen sehr schön das sieht cool aus mit dem ding an wieso sind wie so zwei hörner ja ja ich denke mir schon irgendwas wie ich das anordnen nutoka kreativ oh ja das ist ein guter folgen kann ich den sko skolen scannen ja den kann ich auch scannen 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 und fleischgolem auch jetzt jetzt hat er das crafting system sag mal spinne ich bitte dich wo spawnen denn hier monster überall genau ich wäre froh in meiner kleinen monster farm hier da hell sie haben versucht mit fluidukten den strom zu leiten recht und wundern sich das nicht klappt ja cool ich habe doch noch lampen dabei kommen jetzt hier vielleicht mal monster ich muss gerade mal das ist jetzt wichtiger licht machen aber bitte nicht in meiner mob fahren keine angst ich lege einfach mal ein glowstone cover um den brunnen umzu die sind fertig mit der ersten folge ist nämlich hier so lange gebraucht für hier hinzukommen hoch kommt schon monster da hinten ist ein monster wahrscheinlich auf dem baum oder wo ist der ach ja da ist ja auch ein baum stimmt der ist wahrscheinlich auf dem baum ja gut ich guck mal ob ich im tormonomikon was freischalten kann okay am besten in richtung dings hier wie heißt das transfusionsverzauberung da muss ich gerade ans ringball denken trans fusion ich kann die googles auf revealing kann ich noch nicht freischalten fehlt noch ein aspekt das ist ja seltsam du bist aspektlos was habe ich denn hier für ordo kann ich das scannen jetzt habe ich die internetseite nicht auf noch mal wir haben ja alle mit eiern cloudstone habe ich glaube ich schwach ist auch mal gut oh monster sind da schweinebacke ein kleiner ein kleiner kleiner gift pratsche das finde ich ernüchternd blut für die menschheit jetzt weiß ich nämlich auch gar nicht was mir noch an aspekten fehlt aber vielleicht kann mir mein tormonomikon ja weiterhelfen du weißt woran das wort taumonomikon angelehnt ist ja necronomikon kennst ja wohl ein bisschen offensichtlich naja gut nicht jeder kennt den film ne also bitte klartu erratu du kennst du sogar sehr gut wie fandst du den zweiten teil also die ja ich weiß gar nicht was ist denn die offiziellen der offizielle nachfolger das ist ja schon armee der finsternis ne oder ich glaube das ist der nachfolger ja der ist ja durch das taumonomikon in diese andere welt gekommen aber das armee der finsternis weiß ich nicht war so ein bisschen komödie mehr er versuchte er das war ein absoluter trash film naja aber trash ist doch geil es kommt drauf an also ich weiß nicht kennst du wie ist der überhaupt ich habe letztens sogar ein trash abend gemacht da habe ich schach nado 1 und 2 geguckt schach nado echt jetzt das war heavy ich kann es dir sagen bei jedem bei jedem saudummen spruch also sind ja wirklich sauviele saudumme sprüche da drin aber bei jedem saudummen spruch haben wir einen schnaps getrunken ach du meine güte du wirst ja hackevoll gewesen sein ich muss mal gerade eine internetseite öffnen bist du denn das waren ja ich komme ohne anleitung hier überhaupt nicht mehr klar also first way to get all aspects bitte das wird ja schon fast noch das ist glaube ich sogar die gleiche seite die ich letztes mal hatte sehr schön ja so ein lesezeichen zu setzen wäre zu kompliziert snow ice ja habe ich vergessen slime habe ich glaube ich schon fans gate ah ne maschina und ita habe ich glaube ich schon ethereal essence auram habe ich auch haben schon liegt ja noch alles voller erfahrung los kommt zu mir meine erfahrung ich muss mein jetpack laden ich muss in den jetpack laden und mir ein jetpack laden genau apple ok bucket habe ich habe ich habe ich auch schon wieder leer und wieder leer die er und aqua kann ich ja mal machen aufnahme kannst du noch mal kannst du noch mal blutspenden kommen ja ich komme noch mal blutspenden meiner sinnvolles habe ich platz ich habe noch kein platz im inventar da ist es nicht ich muss mal meinen sack öffnen dann kommen die essenzieher dinge da rein macht die doch ins me system da ist noch ein da sind noch von jedem ein stack drin ok das ist gut so wie viel habe ich denn hier leicht ist das 9000 da sind 1600 dann müsst ihr eigentlich schon genug haben aber zur sicherheit lieber ein bisschen mehr dankeschön los stände ich wollte vorhin noch sagen blutspenden ist ganz wichtig heutzutage ne weil es macht kaum noch jemand jetzt mal um was ernst ist noch beizutragen das ernst ist hier hören wir an danke also geht blutspenden wenn ihr nicht irgendwie substanzen im blut habt die da nicht sein dürfte ja ich habe eine blutplende gekommen ich bin mich total toll hier mann nein drogen sind nicht gut nein naja sind ganz schlecht für euch war mal pfui pfui ja ich will mal eben gucken ist der baum jetzt wieder da rein gewachsen ja natürlich du alter er hat sogar er hat sogar einen stein gelöscht wie macht das denn werden stein gelöscht der baum die blätter des baumes kommt hier auch voll das loch reingebombt man ich muss da was anderes anpflanzen es geht nicht so weiter klappt ja gut hier dann muss ich mir gleich noch ständen will bauen so und ich würde mal sagen dann machen wir jetzt hier mal in der gelände sagen wir viel vielen dank fürs einschalten ich hoffe noch ein bisschen blut und ja dann schaut doch einfach das nächste mal wieder rein wenn es hier weitergeht hoffentlich dann endlich mal mit dem nächsten blut ob und mit bienen und mit zauber und schieß mich tot also dünns bis dahin macht es gut und tschüss 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 Bis zum nächsten Mal.